So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem kurzen Nebenprojekt der GameFactories. Und ja, wie auch schon in meinem Plans vs. Zombies Let's Play, ich spiele dieses Mal nicht alleine, denn ich habe hier rechts neben mir einen Experten und über Skype zugeschaltet einen zweiten Experten. Die werden zusammen spielen, ich sitze da und kommentiere und ja, stellt euch einfach mal vor. Ja, servus, ich bin der Wasti, ich bin in der oberen Reihe der Ramos hier. Ähm, ich spiele Ramos, weil er ein Tank ist und wenn ich genügend Kids habe und Geld, werde ich unbesiegbar sein. Hier ist noch ein Freund von mir, der der Moxl. Servus, ich spiele ja, wie man sieht, Pantheon, Neva Ramos. Ich habe ihn genommen, weil er einfach ein guter Damage-Dealer ist, also er haut ziemlich guten normalen Schaden raus. Ja, ähm, wir werden jetzt Leech of Legends Let's Play machen. Wir hoffen, euch gefällt es und wir werden unser Bestes geben. So, jetzt haben wir es gleich da unten rechts, haben wir noch jemanden, auf den wir warten müssen. Also, wir sind das blaue Team. Wir haben Ramos und Pantheon, El Obre und Damoxl. Und ihr kommentiert jetzt einfach über euer Spiel, ich werde mitreden. Ich hoffe, dass so eine Aufnahme klappt, dass wir es in HD hochladen können, damit ihr das Beste miterleben könnt. Und, ja, ich wünsche euch viel Spaß und die Game Factory präsentiert Let's Play Leech of Legends. Let's Play LOL. Also, es war jetzt gerade mal wieder ein Fail, dass es manchmal so Teams gibt, wenn man halt mal nicht skypt. Weil wir eigentlich in den Chat geschrieben haben, dass ich und der Damoxl eigentlich hochgeben, aber egal. Da machen wir halt mal unten. Es gibt dann halt keine Leute, es gibt dann wieder die Leute, die nicht lesen oder keinen Bock haben, dann irgendwie drauf zu hören. Also, am besten ist es meistens, die Q-Fähigkeit zu skillen, weil es einfach die meistens ist, die eins der größten Damage raushalten mit der Ulti oder einfach Stunt, wie bei mir jetzt zum Beispiel. Ich werde mich rollen und den Gegner stunnen. 30 Sekunden bist du wahrscheinlich der Vasallen. Der Maxi wird ein Speer werfen. Nee, ich hab meinen Stunt auch genommen, weil ich finde, der ist einfach am Anfang am besten, weil du hüpfst auf ihn und dann haust du gleich noch guten Schaden raus. Der Maxi hat seine W-Fähigkeit, das wäre jetzt zum Beispiel bei mir die W-Fähigkeit, aber bei ihnen ist es was anderes. So, da vorne sieht man schon mal unsere Feindin hier. Ash kommt auf uns zu. Die Ash, die weiß schon, dass wir hier... Die wird wahrscheinlich hier reinschießen. Oder nicht. Die geht hoch zu ganken. Weiß ich nicht. Timo hat ja schon... Schreiben hier mal SS rein für Timo. Also auf unseren anderen zwei Lanes steht alles komplett. Wir haben das erste Blut gemacht. Hier oben rechts könnt ihr die Anzeige sehen. Ich meine, ich glaube zwar, dass die meisten von euch, die dieses Let's Play sehen, LOL kennen. Aber momentan... Okay, jetzt sind die Minions. Jetzt werden wir erstmal zurückgehen. Das Wichtige bei LOL ist, am Anfang immer hinter seinen eigenen Minions bleiben. Oder halt... Oh, so Ash kommt. Achtung. Okay, die hauen jetzt schon mal einen kranken Damage raus. Ich werde jetzt erstmal den Noob hier einsetzen. Wenn man so gern sagt, jetzt komm her, zack. Scheiße, das war ein Minion, das war jetzt nicht so schlecht. So, gucken wir. Ich werde mal, während ihr euch auf euer Spiel konzentriert, auch auf die anderen Lanes schauen. Auf die kleine Minikarte unten rechts. Wir werden auch mal öfters hin und her springen. Aber jetzt konzentriert euch mal erstmal. Guck, hier oben haben wir zwei, die zocken. Und man, das schlägt mich, glaube ich, ein bisschen auf. Ganz ruhig, Damoxel. Damoxel, fall ein bisschen zurück, bitte. Ist doch kein Problem hier ein bisschen aufregend. Es könnte das Spiel nicht. Dennoch Konzentration. Konzentration. Jetzt hab ich meinen Speer. Und... So, jetzt fressen die erstmal kranken Damage. Sehr schön, sehr schön. Aber die Nies, sie hat es geschafft zu gehen. Achtung, die Minions. Die Minions rückt. So, ich werde jetzt erstmal für Damoxel ein bisschen tanken, weil ich ja der Tank hier bin. Ich bin der mit dem meisten Leben. Jetzt hat irgendjemand... Ey, was soll man das tun? Ist nicht so schlimm. Beachtet einfach nicht. Rechts oben die Chats und den Skype-Chat. Ja, also, wie man hier klar und deutlich sehen kann, ist unser Leben jetzt ziemlich weg. Aber wir dürfen jetzt nicht den Tower alleine lassen. Ja. Aber das Gute ist, ihr habt den Tower im Rücken. Und wenn ihr den Tower im Rücken habt, dann... Ja, wenn jetzt irgendwie einer von denen näher kommen würde, würde ich hinjumpen natürlich und ihn stunnen. Aber so blöd ist leider gar keiner. Es kommt aber manchmal vor. Es kommt vor. Also, ich hab schon oft Leute gesehen, die so blöd sind und sich von diesen einfachen Tricks reinlegen lassen. So, und da... Zurück zur Güte. Da konnten wir uns noch grad so befreien. So, jetzt werden wir uns erstmal backporten. Und ich hab jetzt zum Glück Teleports. So, übrigens müssen wir auch noch sagen, für den Siebius ist das allererste Mal, dass er mit der Maus spielt. Das heißt, sollte das irgendwie ein bisschen ein Bild rackeln, rackeln, also rumwackeln, nicht rackeln, wackeln. Also, hier sieht man, ähm, was man sich kaufen kann. Hier sind zum Beispiel Tränke. Ich werde bei Bewegung nicht hier, das sind hier die empfohlenen Items. Ich werde nicht Stiefel der Wendigkeit nehmen, ich werde Ninjatavi nehmen. Später werde ich dann den Dornpanzer kaufen. Und noch eine Warmungsrüstung. So, da unten schießen Sie schon den Turm weg, oder? Nein, nicht würde ich früher gucken. So, ich werde mich jetzt importen. Und dann würde ich sagen, zocken wir die gleich noch weg. Ja. Die sind beide recht wenig Leben. Also, beide Level 3, das wird uns ein bisschen... Naja, da kommen wir schon zurecht. Da wir wahrscheinlich länger als 15 Minuten brauchen für dieses Spiel, das heißt, ich werde es in verschiedenen Parts hochladen, könnt ihr ja in den Kommentaren Wetten abgeben, mit wie viel Siegen werden wir gewinnen, mit wie viel Siegen werden wir verlieren, wie viel Kill schafft es unser Basti oder der Moxel, und, ja, damit ein bisschen Spannung entsteht. Also, wenn ihr eine Zahl im Kopf habt, einfach schnell kommentieren, da wir ja wahrscheinlich mehrere Parts zu bleiben müssen. So in einem Gebüsch hat uns sich jemand versteckt und da portet sich jemand her. Das ist jetzt gerade mit 2. Den könnt ihr kriegen. Doch, den habt ihr, oder? Ja. Jawohl, die ist jetzt schon mal tot. Sehr gut. So, wenn die jetzt nochmal herkommt, dann ist sie auch gleich tot. Schade, 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 schade. Na, das ist mir zu nah am Tower. Ja. Ich würde ja gerne für dich tanken, aber mein Leben ist jetzt gerade ein bisschen begrenzt. Jetzt, 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 und? Ja, super, Maxi. Also, Maxi ist schon ein bisschen besser als ich. Er spielt das Spiel schon etwas länger als ich. Wie viele Siege hast du, Sebi? Ja, ich habe noch keinen Kill. Äh, nein, der ich mal insgesamt in der ganzen Dolle-Erfahrung. So, das weiß ich nicht. Da müsste ich mal nachschauen. Aber Maxi spielt das Spiel schon etwas länger als ich. Ich bin Level 22, er 30. Aber ich kann schon gut damit kommen, die man da kommt. Oh, der Portet sich nicht mehr. Ich werde mich nicht jetzt mal... Oh, süß. Es war schon so, los, ich will mich weiter. Ich bin mir gar nicht mal an, doch. So, ich werde uns jetzt erstmal backport nicht. Ich werde jetzt nur Maxi in den Stich lassen. Doch, doch, Maxi, das schaffst zu kommen. Du könntest, wenn du sie nah genug ranlockst... Nein, ich habe keinen Marmel, leider. Sonst könnte ich es schaffen. Jetzt, 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 jetzt. Werte ihn, Werte ihn, Werte ihn, Werte ihn. Also, ich habe jetzt einen für Maxi nochmal getankt, falls irgendeiner so eine dumme Fähigkeit reinhaut. Oh, süß, die Schicht. So. Die werden genau so was jetzt. Zeig mal ein bisschen andere Lanes. Was? Zeig mal eine andere Lane schnell mal, während ihr euch zurückportet. Also, hier ist Mordekaiser, der von Timo ziemlich weggehauen wird. Gott sei Dank. Hier haben wir noch einen gegnerischen Timo, der angegriffen wird von unseren Trindermeer. Ich werde jetzt hier erstmal meine Items für Nanyatabi kaufen. Und dann werden wir gleich... Oh, mein, Ash. Auch ab, auch ab. Also, unser Tower ist jetzt schon so gut wie weg. Ash wird ihn weghauen. Hier ist Wolibear und Timo. Für Trindermeer ziemlich verhängnisvoll, weil... Wolibear ist ein ziemlich starker Tank. Er wurde, ja zum Glück, seit dem neuen Champion, der rausgekommen ist, zurückgepatcht. Aber wie man sieht, er hat einige krasse Fähigkeiten. Und man kann ihn auch nicht so schnell Damage machen. Okay. Oh. Er ist halt da. Ah, unser Tower hat es noch geschafft. Ja, komm. Maxi. An sich, Mordekaiser ist ja halt auch das Miese an seiner Passiven. Er stellt halt durch diesen, äh, durch den Schild halt eben da. So, die haben wir jetzt auch bekommen. Jetzt ist Maxi im Blutrausch. Ich als Tank brauche ja nicht so viele Kills. Ja, das muss man auch noch erklären, ähm, wenn man im Blutrausch ist, also desto mehr man Kills hat, ohne zu sterben, ähm, desto mehr Geld kriegen dann halt auch die Gegner. Ja, wenn sie dich töten. Ja, genau. Und ich als Tank, ich, ich fiele mich grundsätzlich an den Kills von meinem Damage-Macher hier Pantheon. Oder von den Minions, wenn sie es noch. Ja, oder von den Minions. Auf jeden Fall, wenn ich, ich brauche nicht allzu viele Kills, um ziemlich stark zu werden, besser gesagt unbesiegbar, wenn ich dann meine Rüstung habe und mein Leben, dann machen sich die Gegner an mir selber kaputt. Das ist das Besondere an den Tanks, die finde ich toll. Ja, das stimmt schon, das ist wieder, was wirklich geil ist, muss man wirklich sagen, wenn du denkst. Sie haben viel Leben, hauen sogar noch wirklich an sich Schaden auch ein bisschen raus und danach hauen sich die selber weg. Ja, natürlich kommt da jetzt wieder Ash daher. So, jetzt die Ash können, nee, 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 da ist 2 gegen 1, das ist... Ja, mich kriegen sie nicht so schnell down. Das ist eine schlechte Idee. Also die Maus, die stört mich ein bisschen, aber... Mein Gott. Maxi, geh du mal zurück, ich bleib am Tower stehen. Ja, die war so dumm und hat mich am Tower angegriffen. Jetzt kommt sie wieder und zack, schön weg, schön weg. Maxi, was sagt man... Ich hab jetzt meine ultimative Attacke hier, das nennt man Beben, die betätigt man mit der Ehrfähigkeit. Ich mache dadurch Flächendamage, ich... Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Hier, gleich schön... Zieh sie auf dich, zieh sie auf dich, zieh sie auf dich, zieh sie auf dich. Auf dich. Ich beiebe mich zu kommen, aber... Also, meine Ulti hat jetzt nicht viel gebracht, aber... Immerhin. Esch. Ja, jetzt kannst du Esch erwischen. Die Esch hat jetzt einiges an Leben verloren, aber ich hab keinen Mana mehr, zu meinem Pech. Aber Pantheon kommt. Pantheon kommt, komm, 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 zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ja, ich kann's vergessen. Die hochgehobene Kamera. Ganz schnell. Aber den erwischst du noch, oder? Doppelkill? Ne, ne, ne. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, ich hab jetzt noch schnell für Mark. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell zurück. Ja, ich habe jetzt zum Glück meine passive. Nach jeden vier Schlägen, beziehungsweise Fähigkeiten, block ich den nächsten Angriff über... Ja, wie man hier sieht, Pantheon hat ein Schild um sich rum. Wenn er drei oder vier Schläge gemacht hat, ohne angegriffen zu werden, zum Beispiel von Tau oder so, dann kriegt er das Schild und kann ein Schild. Kein Schlag komplett blocken. Ja, über 40 angeschoben. Ich verstehe zwar nicht genau, warum über 40. Na, scheiß drauf. Aber, ja, genau. Wie viel Leben hat der Tau oder denn von unseren lieben Gegnern? Na, je, je, je. Der ist jetzt gleich weg. Der muss weg sein. Ja, das wird... Oh, das wird knapp. Na, ich würde sagen, wir gehen lieber ein bisschen weg. Ja, ja. Ja, ich verliere auch jetzt sauber Leben, wie ich es merke. Also, Konzentration, gell? Und ich glaube, also, wenn 8 zu 1, es steht 8 zu 1, der Gegner hat erst einen Kill. Das ist eigentlich eine relativ gute Bilanz. Allerdings ist unser Tower nicht in Top-Verfassung. Okay, der Gegner ist Timo. Wenn der Kill hat, der nicht mehr. So, jetzt steht es 8 zu 2. Da ist unser Tower nicht in optimaler Verfassung. Also, ich habe jetzt meine Kopfhörer abgenommen, weil die mich jetzt beim Spielen ein bisschen stören. Also, ich werde den Damoxi jetzt erstmal nicht hören. Richtig. Keine Sorge, ich bin als Vermittler da. Ich kann, ähm... Ich höre Maxi noch und... Ich meine, ich als, äh... Durch die W-Fähigkeit habe ich ungefähr dieselbe Fähigkeit wie der der Maxi nach seinen 3 bis 4 Schlägen. Ich ziehe sehr viel Leben ab durch dieses Schild, den ihr jetzt seht. Aber kann auch ziemlich viel Damage dadurch einstecken. Also, in der oberen Lane haben wir eine Tower verloren. In der oberen Lane haben wir eine Tower verloren. Die sind gerade... Ich werde jetzt da auf den Tower losgehen und den tanken. Ja, komm, den verlieren wir als Gegenzug. Jetzt steht es nicht mehr 8 zu 1, sondern es ist schon 8 zu 3. Das ist natürlich... Ein Vorteil für uns. Nicht so toll, aber... Ja, für uns... Der Tower ist weg. So oben links, Volleybeer und so scheinen extrem gefiedert zu sein, aber... Ja, ich und Maxi werden dann gleich, wenn wir uns das nächste Mal zurückporten, auch mal hochschauen, würde ich sagen. Sobald ich meine... Die werden erstmal ein bisschen zurückschlagen, wenn es sein muss, auch den Tower zerstören. Weil man muss auch ein bisschen in Teamfight Lane changen. Und halt immer auf seine... Jetzt bin ich jetzt Level 8. Und immer auf seine Mitkameraden achten. Und jetzt haben wir hier einen Mordekaiser. Der taucht von mir gar nicht. Weil Mordekaiser ist auch recht rund. Also wir wollen einen auch auf die Fresse. Was ist das Gefühl? So, jetzt kommt er schon verfolgt durch den Ding. Das kann natürlich ein Fehler gewesen sein. Und es war... Ein Fehler... Jetzt Mordekaiser... Äh, die kommt davon? Ja, also wir haben es jetzt hier ziemlich verkackt. Das ist jetzt unser erster Tod. Aber es kam leider... Es kam... Doch, er hat sogar... Es ist Morde geschrieben. Verdammt. Hätten wir besser aufpassen sollen. Man geht es dann mal. Ja, ich bin ja... Ja, aber... Und dann... Ich bin ja... Ich bin ja...